Wir dürfen heute die Taufe der Excellence Pearl feiern. Ich taufe dieses Schiff auf den Namen Excellence Pearl und wünsche eine Handbreit Wasser unter dem Killer und halbzeit gute Fahrt. Das Schiff ist bereits das neunte Schiff unserer Excellence Flotte. Es ist wirklich ein Schiff, auf das wir sehr stolz sind. Mit der Excellence Pearl wollen wir genau wie mit unseren anderen acht Schiffen der kundenorientierteste Schiffreisenanbieter der Schweiz sein. Das Schiffreisenanbieter der Schweiz sein. Das Schiffreisenanbieter der Schweiz sein. Untertitelung des ZDF, 2020